Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest von Jambas Avagans anzunehmen bei Zul, der Prophet in Zuldazar, in dieser Position. Nehmt die Quest gleich mal an, zeige auch ein bisschen das Gebiet, sollte zu finden sein, finde ich. Nun darf ich hier diese Stimme von Volljamba mit der rechten Maustaste anklicken. Weiter geht's. Dann hier, Augen von Volljamba. So. Und nun brauche ich noch Groll von Volljamba. Das ist diese Maske hier. Die schleudert einem auch weg, macht so eine Animation. Bosheit ist aber egal, macht keinen Schaden. Einfach ein bisschen aufpassen beim Hochlaufen, dann wird man nicht zurückgekickt. Nun kommt Zul, der Prophet, ich wollte schon sagen angelaufen, aber angelaufen ist das wirklich nicht. So. West ist abzugeben bei Zul, der Prophet in Zuldazar, an dieser Position. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und es wird euch nicht gefallen. Ciao. 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 Vielen Dank.